Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute habt ihr mein Intro gesehen. Den habe ich ganz neu gemacht. Erst heute. Und ich bin irgendwie froh damit. Vielleicht habe ich heute so viel Erfolg mit meinem neuen Intro. Den kann ich noch am Ende nochmal abspielen, dass ihr es nochmal hören könnt. Und ich weiß nicht, ob man den Intro ganz gesehen hat, aber egal. Weil ich kenne diesen Programm nicht so genau. Und deswegen, ich könnte es auch so machen, dass erst ich erkläre, was ich mache und dann das Intro kommt. Das kann man auch machen. Wenn ihr das wollt, jetzt oben eine Abstimmung. So, jetzt will ich heute die Border mal zeigen. So, nichts Besonderes heute machen. Ich zeige euch mal die Border. Oh, egal. Wir fahren lieber nicht da rein, sonst... Okay, ich zeige euch mal, was dann passiert. Aber ich würde euch freuen, niemals das... Okay, wenn ihr viele Punkte habt und nicht sterben wollt, dann fahrt niemals da rein. Oder macht das lieber. Macht das mal. Ja, macht das mal lieber, Leute. Wenn ihr wisst, was passiert, dann... Tut mir leid, was ich euch dazu schwinge, das zu tun. Aber macht mal das, wenn ihr das wissen wollt. Ich mache das jetzt nicht. Doch, mache ich. Aber erst macht ihr es. Ich warte 10.999... Nein, ich war's. 999. Komm schon. Ja! Ich zeige aber euch mein Intro noch am Ende nochmal, dass ihr auch sehen könnt, wie das ist. Bitte nicht, ich will hier durch. Danke. Ich will heute den Zuschauern die Borde zeigen, Glitte und lass mich gut touch me and cool... Ach, keine Ahnung. Ich bin nicht warm. Äh, da steht, fass mich an. Fass mich an und du quälschst. Oder spielst du, äh, du stirbst. Keine Ahnung. Ähm, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, dass es... Ob da, ah, hier ist die Borde. Die ist rot. Fährt mal rein. Das passiert mit euch, wenn ihr da rein. Fährtwerbung. Hier, jetzt zeige ich euch mal mein Intro. Denne, 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 denne. Das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal.